Nein! Boah! Was ist? Fuuuh! Hey, bist du draußen? Ja, ich suche ein bisschen Holz. Alles klar. Ja, hast du ein bisschen, ähm, hier. Ne? Holz? Äh, Holz essen, meine ich natürlich. Holz, warum Holz? Hä? Hast du ein bisschen Essen irgendwo? Nein, Hunger essen. But, okay. Ähm. Jo. Ist ja so viel Gravel. Man kann ihn ja jetzt auch mit so'n, man kann den mit so'n guten Trick abbauen. Ja, einfach so'ne Fackel drunter tun. Was? Hä? Ich hab' Diamanten gefunden. Ja, sicherlich. Nein, das passt. Was? Oh. Ach so, ich hab' Hunger. Okay. Ich weiß nicht, dass ich auch mal zwischen mich weg bin, weil ich mal ein Internet die Probleme hat. Ja. Ja, okay. Ach egal, dann baue ich das halt hier mit ab. Dann geht's schneller mit der Schaufel als mit dem, mit der Hand das alles abzubauen, weil es dauert extrem lange. Alter, wie viel hier runterkommt, ey, das ist so viel, ne? Was? Von Gravel. Ach, hast du ne Höhle gefunden, oder wat? Nein. Ach so, sah so aus. Ich freu mich grad ein bisschen aus. Hau mich nach unten und so. Okay. Ja, ich geh mal wieder hier an die Oberfläche und suche ein bisschen Essen. Ich lass mal meine Wertsachen hier. Ähm. Na, ich hab' eigentlich nix besonderes, aber egal. So. Ich find' schon wieder auch richtig viel Kohle, ey. Manchmal musst du dir die Koordinaten mal merken. Okay. Ich brauch' auch den Turm, damit man den Dunkel wieder zurückfindet. Ja, ich hab' so'n kleinen Turm schon gebaut. Huch. So. Der Turm ist einfach dafür da, dass man den Dunkel ist, dass man in die Höhe baut und noch mal nach dem Licht schaut und an den Turm oben an der Spitze kommt mal so ein paar Fackeln immer rum rum rum, rum drauf und nochmal dann sieht man das nämlich ganz genau da hätte. Wissen wir bestimmt auch schon da war. Nur für die, die sich fragen, welcher Turm? Ja. Also die Koordinaten waren, äh, minus 25, 72, 220 oder so. Man muss sich sowieso nur X und Z merken, ne? Oh. Naja. Sieht ein bisschen epic aus, wenn das Wasser so still ist, dann sieht das immer so aus, als wenn, als wenn das ein Bug wär' oder irgend so'n Dings. Ja, und hier hab' ich so welche Nadelwälder, also die sind wirklich richtig nervig und mit Hunden, aber leider ohne Knochen, ne? Das ist natürlich fatal, ne? Und man findet hier nur Scheiße. Also nur Scheiße. Also Kacke. Also nur, nur Kacke. Mal gucken, ob ich was finde hier. Jetzt nichts an Eisen, ey, gar nichts. Ich find' auch nichts, ne? Oh, was zu essen, MC? Ja, hier auch. Ich hab' nur zwei, gerade zwei Äpfel gefunden vom Baum. Hier sind nirgends so Tiere richtig schlecht, ey. Ja, doch, ich hab' Tiere gefunden. Also Schafe nur, aber mehr nicht. Oh, und Wölfe. Aber mehr nicht. Ja, wir müssen mal ein paar Tiere holen, ne? Voll scheiß ins Baum. Ja, ich hab' mir kaputt, ey. Ja, der Server kommt wahrscheinlich da nicht hinterher. Ich bräuchte hier rechts so die Konsole, ne? Da könnte ich mal so gucken, ob hier irgendwie so... was steht. Oh, wieder nur Kohle, 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 Kohle. Nein, ganz zigi schon voll. Egal, ich nehm' die Fackeln wieder mit. Ich hab' jetzt auch wirklich keinen Bock, äh, da runter zu gehen, weil ich wollte eigentlich nur was zu fressen holen, aber... So ne Höhle? Ja, also ich hab' mich so in so'n komischen kleinen Berg da rein... g... reingeldet... Oh, dankeschön. Ist der Doppel draußen? Alter! Ist der Doppel draußen? Oh, ich dachte, dass wir gerade... ne echte Höhle. Da ist Kohle... ...und Eisen, jawoll! Und ein Spawner! Kanarage. Jawoll, ich bin gleich tot. Geile Scheiße. Okay, da oben ist auch wahrscheinlich was, ob ich mach' das jetzt mal... dicht. Ich schwöre, dass die Alter bekomm' ich einmal was ab, aber bin ich direkt... direkt am Arsch. Ich sorg's dir. 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 Oh, was du es nicht kratz' mich ab. Hä, wenn du nur... Auch wenn du nur vier Leben... also vier Herzen hast oder so, dann kratz' mich ab. Oh, da ist ein Spawner, aber ich glaube ich kratz' ab, wenn ich jetzt hier durchgehe. Ich meine davon nur, dass du immer ein bisschen bereist. Nein, 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 nein. Glück, ey. Okay. Glück um Glück oder Glück um Glück? Boah. Okay, ich hab' den sichergestellt. Und Brot und Eimer, Redstone, geil. Jo. So. Wieder ein Lightning-Bug oder ist das hier echt jetzt? Was ist das denn für süßer Turm, Alter? Zu schwul. Okay, das war nichts. Okay, den Rest lass' ich da. Die Kohle nehm' ich mit hier. Jo, ne. Ich verbrate hier voll viele Fackeln. Ich baue den Spawner ab, okay? Ich baue den Spawner ab, okay? Was machen? Oder doch nicht. Ist da keine Truhe dabei? Ja, doch. Okay, da ist viel Eisen, aber mehr auch nicht. Hier ist ein Stringy. Ein kleines Stringtanker. Boah ey, ohne witz. Ich pfeife mir jetzt diese zwei Boote rein, Alter. Wenn ich... Dann hole ich Essen. Und dann pfeife ich mir die rein. Und dann kann ich... Wir müssen Getreide suchen. Ja, das hat nicht wirklich was gebracht. Naja, egal. Ich nehm' trotzdem mal das Eisen mit. Ah ja, und Eimer hab' ich auch gefunden, ne. Also für Wasser und... Kommen wir uns gleich Weizen anbauen. Hast du noch Holz? Holz? Ja, ich hab' ganz viel in die Truhe rein getan. Ja, warte mal. Ich werd' glaub' ich erstmal... Hier sind Hunde. Ich glaube, äh, ich komm' wieder zurück, weil... Ich, äh, gleich im Dunkeln wahrscheinlich alleine abkratzen werde. Was kann mit Feuerstein machen? Äh, Feuerzeug. Ja. Okay, ich geh' wieder zurück, weil... ... das sonst keinen Sinn hat. Weil sonst kratzt ich doch wirklich ab. So. Ja, wir gingen ja eigentlich nochmal jetzt im... ... Zaun. Was? Wir gingen ja eigentlich nochmal jetzt im... ... Zaun. Ähm, mit Stickies überall außer oben. Also... ... in der Mitte und unten. In der Mitte Stickies und unten Stickies komplett und oben Holz. Nein. Fff... Boah! Was ist? Fuuuuh. Ey, wie geht das jetzt? Boah, fff... ... fuck, alter. So.